Hast du einen Plan? Einen Lebensplan? Hast du klar formulierte Ziele und kennst dein Warum und bist bis in die Zehenspitzen motiviert, wenn morgens der Wecker klingelt und du aufstehst, deine Ziele zu erreichen? Herzlichen Glückwunsch! Wenn nein, bist du bei mir genau richtig. Mein Name ist Christian Fuchs, ich bin der Quantensprung-Trainer und Experte für Lebensfreude. Ich unterstütze dich dabei, wieder Lebensfreude zu spüren, ein erfolgreiches Leben zu gestalten und das Ganze ohne Druck und ohne Stress. Jeder Mensch braucht ein Ziel und am besten noch eine Wegbeschreibung, wie er dorthin kommt. Mein On- und Offline-Kurs Hashtag Lebensplan bietet hierfür den richtigen Lösungsansatz, um deine persönliche Vision ans Licht zu bringen. Wir arbeiten an deinen unbewussten Motiven, formulieren die passenden Ziele dazu und du hast ein klares Warum. Du wirst dich freuen, morgens wieder aufzustehen, wenn der Wecker klingelt, weil du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wie in einem Drehbuch hast, Richtung Lebensfreude und Lebensglück. Wenn du jetzt Lust hast, sofort dein Leben in die Hand zu nehmen und dein Leben auf ein neues Level zu bringen, dann nehme umgehend Kontakt mit mir auf und wir machen zusammen deinen Lebensplan.